Berlin. Hierhin hat es unsere Auswanderin Sarah verschlagen. Und zwar auf den 1200 Meter von ihrer ursprünglichen Wohnung entfernten Abenteuerspielplatz am Rand von Spandau-Hackenfelde. Das ist was jetzt anderes. Das kannst du ja nicht vergleichen tun. Den Strand direkt vor der Haustür. Das ist eine ganz andere Lebensqualität. Ich kann einfach aufstehen und in seinen Spazierjagg machen. Der Triebenskampfruhe. Sarah scheint endlich angekommen zu sein. Wenn auch mit Abstrichen. Gut, mit dem Meer wäre natürlich schöner gewesen. Aber bis dahin hätte ich das Busticket nicht gereicht gehabt. Aber ich habe Regen. Und Regen ist ja auch aus Wasser. Wie das Meer. Nur ohne Salz und von oben. Und nicht so viel auf immer. Aber ansonsten, ey, genau dasselbe.